Seid gegrüßt, liebe Leute. Der YouTuber Olli, der politisch wohl eher dem AfD-Vorfeld zuzuordnen ist, hat ein Video über AfD und BSW gemacht. Tite? Wow. BSW will mit AfD zusammenarbeiten. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Er war ja in der Vergangenheit immer eher BSW-kritisch. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und schauen, was Olli so zu sagen hat. BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, gemeinsam mit der AfD in Thüringen zusammenarbeiten, vielleicht sogar koalieren. Jetzt gibt es eine neue Aussage von Wagenknecht, die aufhorchen lässt. Wir gucken uns das Ganze an, weil es widerspricht zu 100 Prozent der Co-Vorsitzenden Mohamed Ali dagegen, die sich ja gegen eine oder überhaupt jegliche Zusammenarbeit mit der Alternative ausgesprochen hat. Wem will man da glauben? Ist der Bürger jetzt nicht und der potenzielle Wähler maximal verwirrt und weiß nicht, woran er ist? Wer das wählt, der muss auch mit der Ungewissheit leben, dass er nicht weiß. Ja, welche Ungewissheit? Ich würde ja erstmal gerne wissen, auf welche Aussagen du dich jetzt beziehst. Also die BSW-Linie, ich glaube, das kann ich an der Stelle nochmal erklären, die ist, man wird zwar keine Koalition mit der AfD eingehen, man wird auch keine Koalition mit den Grünen eingehen, da die inhaltlichen Differenzen ja einfach zu groß sind. Man hat bestimmte rote Linien, also Friedenspolitik vor allem, Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, also auf Länderebene Bildungspolitik ganz wichtig, wo man nicht zu gewissen Kompromissen bereit sein wird, was auch Koalition mit den anderen Parteien relativ unwahrscheinlich macht. Koalition mit der AfD und mit den Grünen sind a priori ausgeschlossen. Das ist bisher die BSW-Linie. Gleichsam wird man natürlich vernünftigen Anträgen, die von der AfD kommen, zustimmen. Und das wird jetzt von vielen Journalisten als Zusammenarbeit geframed, aber es macht nicht viel Sinn, sich hier an diesem Schlagwort Zusammenarbeit aufzuhängen. Die Linie des BSWs ist einfach, die AfD wie eine normale Partei zu verhandeln, wie alle anderen Parteien auch. Mehr nicht. ...was er bekommen wird. Und damit wir uns zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo dalassen. Und das Ganze geht zurück auf diese Schlagzeile hier in der Bild. Ganz neue Töne vom BSW in Richtung AfD. Wagenknecht schließt Zusammenarbeit nicht aus. Und generell muss man dazu natürlich sagen, Wagenknecht hat ja eine Koalition generell immer ausgeschlossen mit der Alternative zusammen. Da sind zu große Meinungsverschiedenheiten, woran das auch immer liegen mag. Und es wird ja auch schon gesagt, dass die BSW... Wirtschaftspolitik vor allem. Das kann man relativ leicht erklären. Die AfD ist eine neoliberale Partei. Die AfD will die Steuern vor allem für die Reichen senken. Das BSW will die Steuern für die Reichen erhöhen und die Steuern für die Mittelschicht sowie für die Ärmeren senken. Und die AfD will das eben nicht. Das ist relativ leicht erklärt. Der große Knackpunkt ist die Wirtschaftspolitik. ...rein nur dafür da gemacht ist, um die Alternative eben massiv zu schwächen und die Stimmen wegzunehmen, damit sie nicht bei der Alternative landen. Und genau so etwas sehen wir ja gerade auch, wenn wir uns aktuelle Umfragewerte dazu für die Partei angucken. Sehen wir hier bei der WUM beispielsweise Thüringen, sehen wir die neueste Umfrage. Guckt euch das mal an. 19 Prozent. Und ich weiß, es gibt... Naja, also das BSW hat ja hier vor allem der Linksparteistimmen weggenommen. Also wer sich an die Wahlen von vor fünf Jahren erinnert, da war die Linkspartei noch bei über 30 Prozent. Also die Linke hat Stimmen verloren, das BSW hat Stimmen gewonnen und die Stimmen der AfD, die sind sogar ein bisschen... Also der Stimmanteil der AfD ist sogar ein bisschen gestiegen. Also wenn das BSW jemandem Stimmen weggenommen hat, dann in Thüringen vor allem der Linkspartei. Und ein bisschen wahrscheinlich auch noch SPD und Grün. So, die Meinung auch in den Kommentaren. Viele Leute sagen das. Ja, Olli, das ist doch Quatsch. Von der AfD ist kein einziger weggegangen und wählt auf einmal die BSW. Doch, das glaube ich schon. Ich bin da felsenfest von überzeugt. Man sieht das ja auch bei diesen Umfragen mit Wählerwanderung, dass von der BSW eben nicht viel, aber ein kleiner Prozentsatz weggegangen ist. Ja, die größten Verluste bei den Europawahlen hatten SPD und Linkspartei zu verzeichnen, nicht die AfD. Sorry, von der AfD weggegangen ist und zur BSW gegangen ist. Also das kann man definitiv nicht abschreiten. Von mir aus mag das keine 19 Prozent natürlich sein, aber es ist ein gewisser Anteil. Und daran sieht man ja, dass eine Schwächung definitiv hat stattgefunden. Weil für diejenigen, die die AfD zu extrem, zu radikal, zu krass oder sonst was ist, wie auch immer ihr es bezeichnen möchtet, könnte das BSW natürlich so eine Art Auffangwecken werden. Und wenn wir jetzt weitergehen in die Änderung der Wortwahl bezüglich Wagenknecht, heißt es hier. Am Wochenende plädierte die Sozialistin, Beton-Sozialistin, ich finde diesen Begriff so schwachsinnig, für einen anderen Umgang mit den Rechtsextremen. Wisst ihr, das ist eine Formulierung, der ganze Satz ist auf dem... Ja, Zitat, reflexartig alles abzulehnen, was von der AfD kommt und sich dafür als große Demokraten zu feiern, hat Höcke und Co. offensichtlich nicht ausgebremst, sagte sie der FAZ, also Frankfurter Allgemeinen Zeitung, daraus Koalitionsabsichten abzuleiten, sei allerdings kündig. Also wer sich so ausdrückt wie ein gewisser Kinderbuchautor, kann ich nicht vervollnehmen, kann ich wirklich nicht vervollnehmen, finde ich sowas von unseriös. Aber es ist doch schon interessant, weil wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen... Ja, was heißt wie ein gewisser Kinderbuchautor. Also Wagenknecht hat ja diese ganzen Spekulationen, die dann in Medien kommen, als kindisch bezeichnet. Also wie gesagt, die Linie, die ist relativ klar, die hat Olli hier uns gerade auch nochmal vorgestellt. Anträge der AfD, die vernünftig sind, denen wird zugestimmt. Eine Koalition ist weiterhin ausgeschlossen. Das ist doch eine vollkommen klare Linie. Die AfD wird behandelt wie eine normale Partei und aufgrund der inhaltlichen Differenzen wird es keine Koalition geben. Hier die Situation gesehen mit dem Schreiduell im TV. Das Ganze ist ja abgelaufen, dass hier zahlreiche Kandidaten in Thüringen vorm TV-Wahl beim MDR und man in dieser komischen Sendung verschiedene Wortmeldungen hat zugelassen. Und ja, die Katja Wolf, hier Spitzenkandidatin vom BSB, vielleicht die nächste Ministerpräsidentin in Thüringen sogar, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, sie äußerte sich ja auf die Frage hin hier bezüglich, eine Partei wollte nicht ausschließen, dass sie mit der AfD und trotz Landeschef Höcke zusammenarbeiten würde und so weiter. Und ob man hier auch Gesetzesvorschläge gemeinsam mit der AfD beschließen würde. Und ja, Kurzfassung, ja, hier gehe es um den richtigen Umgang mit der Partei. Sie glaube, Zitat, dass diese sehr durch Scheuklappen geprägte Art und Weise miteinander umzugehen tatsächlich nicht mehr zeitgemäß ist. Man müsse nicht einen normalen, um Gottes Willen, aber einen inhaltlichen Umgang finden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier spricht man einer demokratisch gewählten Partei einen normalen Umgang ab. Es ist letztlich ein normaler Umgang, den Wolf hier fordert. Also jetzt hängt sich Olli hier wieder an dem Wort normal auf. Also ich würde sagen, ja, wenn man Anträgen einer Partei zustimmt, wenn man sie gut findet, dann ist das ein normaler Umgang. Also wenn man wegen zu großer inhaltlicher Differenzen keine Koalition eingehen will, ist das auch ein normaler Umgang. Also es ist ja vor zig Bundestagswahlen auch schon passiert, dass CDU und SPD eine große Koalition ausgeschlossen hatten und dann eine Koalition mit einem kleineren Partner, sei es Rot-Grün, sei es Schwarz-Gelb, eingegangen sind, weil sie das für ideologisch sinnvoller erachteten. Trotzdem war das ja ein normaler Umgang zwischen diesen Parteien. Also da würde ich mich jetzt nicht an diesem Wort hier aufhängen. Absolut schlimm. Aber der Moderator sagte dazu, ich interpretiere das als ja. Und Wolf ließ es ohne Protest durchgehen. Sprich, in Thüringen mal gucken, ob es so sein wird. Aber kann man offensichtlich laut Katja Wolf davon ausgehen, dass dann auch für oder auch gegen verschiedene Gesetze und Vorschläge und so weiter der anderen Parteien gestimmt wird, wenn der Inhalt passt. Und das ist Demokratie. Das ist ja schon mal ganz gut, uns zu begrüßen. Und komischerweise kam da drauf von Amira Mohamed Ali ja direkt die reflexartige Situation, wie Wagenknecht das ungefähr ausgedrückt hatte. Wagenknechts Co-Chefin zieht bei US-Raketen rote Linie und er teilt AfD eine Absage. Dann wisst ihr, Leute, dass man jetzt hier wieder so reflexartig hingehen und sagt, oh nein, AfD, mit denen kann man ja nicht zusammenarbeiten. Jetzt stell uns doch erst mal vor, was sie gesagt hat. Ich nehme mal an, es wird inhaltlich auf der Linie von Wagenknecht und Wolf sein, nur hier hat die Zeitung halt eine andere Überschrift gewählt. Also diese Verwirrung, die du hier kritisierst, die kommt nicht vom BSW, sondern die kommt von der Medienberichterstattung. Das geht ja nicht. Das ist aber offensichtlich, gerade in Thüringen auch und auch in anderen Bundesländern schon sehr häufig, genauso wie auch im Bundestag, gemeinsam mit der Alternative abgestimmt wurde, für oder gegen etwas. Das wird immer wieder außen vor gelassen und unter den Teppich gekehrt nach dem Motto, nein, nein, das geht ja gar nicht. Und nur, wenn es in ein gewisses Narrativ passt. Moment mal, jetzt hat er uns gar nicht erzählt, was Mohamed Ali gesagt hat. Ich nehme mal ganz stark an, ihr habt den Artikel jetzt nicht gelesen, aber ich nehme mal ganz stark an, sie wird da das gesagt haben, was Wagenknecht auch gesagt hat. Keine Koalition mit der AfD, aber wenn die AfD sinnvolle Sachen fordert, dann wird man dem zustimmen. Also quasi die Parteilinie. Nur in der Überschrift sah es jetzt anders aus. Wenn man versucht, dass man versucht, das ein oder andere schlecht darzustellen, dann wird das Ganze thematisiert. Aber ansonsten läuft das alles schön leise unter dem Radar. Und das Ganze war ja auch schon ein bisschen in der Presse bereits im letzten Jahr, im September. Hat Rot-Rot-Grün-Mehrheiten mit der AfD gebildet. Trommelwirbel, ganz düstere Musik im Hintergrund. Nach der Abstimmung zur Senkung der Grunderwerbssteuer in Thüringen und der harschen Kritik daran, heißt es, auch die Rot-Rot-Grüne Minderheitenregierung habe bereits mit Stimmen der AfD Vorhaben durch den Landtag in Erfurt gebracht. Stimmt das? Und ja, wer rechnen kann, der weiß, dass das natürlich stimmen muss, weil eine Minderheitenregierung keine Mehrheiten erzielen kann. Also Mathe ist nun wirklich in diesem Bereich... Ne, was heißt Mathe? Also Sie können es ja mit der CDU durchgebracht haben. Ist jetzt auch völlig egal, hat jetzt auch mit dem aktuellen Thema nichts zu tun. Reich, nichts sonderes. Also ich würde immer noch gerne wissen, was Mohamed Ali denn jetzt Schlimmes gesagt hat, wo du uns einen angeblichen Widerspruch präsentiert hast, ohne zu erläutern, worin dieser Widerspruch denn bestehen soll. ...schwer. Und dass es natürlich hier so etwas gegeben hat und dass man offensichtlich das gemacht hat, wofür man gewählt wurde, nämlich Politik für den Bürger und nicht gegen den Bürger, das ist Demokratie. Aber das gefällt offensichtlich einigen nicht. Und es ist schon wirklich sehr, sehr dubios, was jetzt hier zur BSW zurückzukommen passiert. Denn es wäre doch nur angebracht, wenn man sich die aktuellen Umfragewerte einfach dazu nochmal anschaut, darüber nachzudenken, ob nicht eine Koalition zwischen AfD und BSW in Erwägung gezogen werden kann. Denn die stärkste Partei in den aktuellen Umfragen in Thüringen ist ganz klar die AfD mit 29,1%. Naja, also wenn das so bleibt und dass BSW und die anderen Parteien sich nicht auf eine Koalition einigen. Und ich halte ehrlich gesagt eine Koalition zwischen BSW und CDU für so gut wie ausgeschlossen, einfach weil die CDU in der Friedensfrage zu keinen substanziellen Zugeständnissen bereit sein wird. Also die CDU wird doch nicht sich plötzlich weigern, dass amerikanische Raketen in Thüringen stationiert werden beispielsweise. Die CDU wird doch keine Maßnahmen ergreifen, um die Russland-Sanktionen zu hintertreiben. Die CDU wird doch quasi als Landesregierung keine Staatsbesuche in Russland oder andere Maßnahmen, die man als Landesregierung halt ergreifen kann, irgendwie für gut befinden. Also ich halte eine Koalition zwischen CDU und BSW inhaltlich für so gut wie ausgeschlossen und zwischen CDU und Linkspartei gibt es sowieso einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Das heißt auch, dass zumindest mal unwahrscheinlich, also aktuell sieht es so aus, als ob Thüringen eine Minderheitsregierung mit einem AfD-Ministerpräsidenten Björn Höcke an der Spitze bekommen wird. Also das halte ich aktuell tatsächlich für die wahrscheinlichste Option. Im dritten Platz mit 19% ja eben die BSW. Und ja, das wäre eine Mehrheitskoalition. 46 von 48 sitzen. Das wäre gar kein Problem, da zu koalieren. Genauso wäre es aber auch kein Problem für die CDU, selbiges zu tun. Aber es wird natürlich beides nicht passieren und in Frage kommen. Aber ist das nicht schlimm, dass wegen irgendwelchen persönlichen Sachen oder wie man es auch immer nennen möchte... Inhaltliche Differenzen. Das gab es auch schon immer, dass Parteien aufgrund inhaltlicher Differenzen nicht miteinander koaliert haben. Das ist ja nichts Neues. Dass man es deswegen hier nicht machen möchte. Ich finde es krass. Ja, und wie gesagt, auch das ist kein Beinbruch. Es gibt das auch in unserer Verfassung vorgesehen, also ist es vorgesehen, auch in den Länderverfassungen ist es vorgesehen, dass eine Regierung auch ohne Parlamentsmehrheit regieren kann. Nämlich einfach, indem sie die einfache Mehrheit bekommt. Also ist das halt eine Minderheitsregierung, die sich dann ihre Mehrheiten aus der Opposition organisieren muss. Aber das geht doch. Also das ist ja kein Untergang der Demokratie, dass wir in Ostdeutschland vielleicht einige Minderheitsregierungen sehen würden. Über AfD-Anträge müsse man sich mit der Macht des Arguments im politischen Raum diskutieren. Aber auch das sei keine Ankündigung für die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung. Zitat, das ist eine völlig absurde Interpretation. Weil die Möglichkeit besteht ja auch von der Regierung. Zitat, das ist Ankündigung für die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung. Zitat, das ist Macht des Arguments im politischen Kass. Über AfD-Anträge müsse man sich mit der Macht des Arguments im politischen Raum diskutieren. Aber auch das sei keine Ankündigung für die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung. Zitat, das ist eine völlig absurde Interpretation. Okay. Werden wir nach den Wahlen sehen. Werden wir nach den Wahlen sehen, denn AfD-Minderheitsregierung tolerieren, wäre ja keine Zusammenarbeit. Da wäre die AfD ja in der Regierung, man selbst wäre in der Opposition. Und man würde halt dem zustimmen, was sinnvoll wäre. Also das wäre ja keine Zusammenarbeit. Ich wüsste jetzt nicht, was da dagegen spreche bei der aktuellen Parteilinie des BSW. Die Möglichkeit besteht ja auch, dass die AfD alleine regiert. Unter der Erlaubnis in Anführungsstrichen der anderen Parteien natürlich, so wie das Rot-Rot-Grün aktuell in Thüringen ja macht, dass das Ganze geduldet wird. Aber das glaube ich nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man das machen würde. Davor haben sie viel zu viel Angst. Und natürlich Postenverluste für Ministerpräsidenten und verschiedene Ministerposten, die sie lieber gerne selber besetzen möchten. Das muss man ja wirklich an der Stelle ja klar sagen. Ja, Professor Werner Patzelt sagt hier, der hält nämlich Zusammenarbeit von AfD und BSW für möglich. Zitat, alle Parteien sind mit der bisherigen Strategie, die Ausgrenzung der AfD, gescheitert. Und heißt es hier nämlich weiterhin, BSW und AfD verbinde der Wille, die CDU in einer Regierung zu verhindern. Und da muss ich dem Professor ganz klar widersprechen. Die BSW wird irgendwo in einem Bundesland, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, gemeinsam mit der CDU eine Koalition bilden. Ich gebe... Werte dagegen. Also, wenn du Wetten annehmen willst, Olli, ich wette dagegen. ...mittlerweile ganz klar davon aus. Und er sagt hier aber weiterhin, Zitat, Zudem gibt es inhaltliche Anknüpfungspunkte bei der Migrations- und Ukraine-Politik bezüglich AfD und BSW. Und da gebe ich dem Mann natürlich vollkommen recht. Das sind zahlreiche Punkte, die gemeinsam d'accord sind. Und deswegen könnte man auch eine Koalition in Erwägung ziehen. Ich halte im Laufenden, wie es weitergeht. Schreibt eure Meinung. Wie gesagt, ich würde sagen, es wird Minderheitsregierungen in Ostdeutschland geben. Und das BSW wird wahrscheinlich in keine Koalition mit der CDU gehen. Das ist aber nur meine Prognose. Ich selbst bin kein BSW-Mitglied, muss ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ich sympathisiere sehr mit dieser Partei. Ich hoffe, dass sie bei den Ostwahlen gutes Ergebnis erhält. Und ja, wie gesagt, die Parteilinie ist keine Koalition mit den Grünen, keine Koalition mit der AfD. Aber Anträgen der AfD, die gut sind, denen wird natürlich zugestimmt. Also das ist, kurz gesagt, die Parteilinie, die Olli hier so etwas durcheinander präsentiert hat und versucht hat, Widersprüche zu finden, wo keine sind, weil sich eigentlich alle Spitzpolitiker entsprechend dieser Parteilinie geäußert haben. In dem Sinne bin ich gespannt, wie sich das BSW nach den Ostwahlen verhält. Ich hoffe wirklich, dass es vor allem dann nicht in irgendeine voreilige Koalition geht. Also das ist jetzt nicht nur meine Prognose, dass das nicht passieren wird, sondern ich hoffe wirklich, dass es diesen Fehler nicht machen wird. Diesen Fehler hat die Linkspartei gemacht und der hat letztlich zum vollständigen Degeneration und zum Untergang der Linkspartei geführt. Also deswegen wurde die Linkspartei in den Mainstream eingebunden. Deswegen hat sie auf allen wichtigen Politikfeldern ihre Programmatik geräumt. Und das darf dem BSW auf keinen Fall passieren. Aber ich bin optimistisch, dass das dem BSW gelingen wird.